Ich habe eigentlich ein Video von ihr gesucht über das Abnehmen, was mir damals mega, mega sauer aufgestoßen ist. Aber ich habe jetzt ein Video angeguckt und da ich es schon angeguckt habe, reagiere ich einfach da drauf. Und das Video heißt Dauerhaft schlank, Top 10 Abnehmen Hacks von Sophia Thiel. Und wir gehen die 10 Punkte einfach mal durch und ich sage einfach mal was dazu, ob das zum Abnehmen sinnvoll ist oder nicht. Und zwar Punkt Nummer 1, Kaffee schlecht. Das ist absolut super. Der Tipp ist absolut super. Sie sagt da, dass der Kaffee dehydriert, deswegen ist er nicht so gut. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Frühmorgens auch nicht mit Kaffee starten. Ihr wisst ja, Kaffee ist ein Ersatz für eine schlechte Ernährung. Das ist der Grund, warum Menschen Kaffee zu sich nehmen, weil sie sich schlecht ernähren, zu wenig Kohlenhydrate, keine Energie. Was macht man? Kaffee trinken für Energie. Anstatt Energie zu essen, dann hast du auch Energie. Kaffee enthält Koffein. Koffein ist ein Nervengift, krampft Gefäße, hat sehr viel mit Migräne zu tun auch. Wer jahrelang jeden Tag Kaffee trinkt und dann mal aufhört, dann wird er sehen, was für eine Droge er dazu sich genommen hat. Und dann sagt die, viel Wasser trinken nach dem Aufstehen. Das ist immer noch der erste Tipp. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Man sollte, wenn man aufgestanden ist, tatsächlich viel trinken. So einen halben Liter ist eine gute Sache. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und dann Tipp Nummer zwei, enge Kleidung anziehen. Wenn man dann so mehr auf seine Figur achtet, kann ich jetzt nichts zu sagen. Der dritte Punkt, Bewegung, bewegen in Werbepausen. Da spricht ihr davon, wenn man Fernseher guckt und dann in den Werbepausen kann man sich bewegen. Okay, auch jetzt, ja, der Tipp ist auch in Ordnung, falls jemand tatsächlich irgendwie heutzutage noch im Jahr 2019 Fernsehen guckt. Was man nicht machen sollte, ja, man sollte seinen Fernsehanschluss kündigen, braucht kein Mensch sowas. Und, ja, sich mit Sinnvollem beschäftigen in seinem Leben. Okay, wie man ein guter Mensch sein kann, wie man was Gutes tun kann für die Welt. Ja, damit sollte man sich beschäftigen mit Sinnvollem. Und, aber einen Fernseher kann man trotzdem haben, um darauf irgendwie einen Film zu gucken, der einen interessiert. Abends mal zum Entspannen oder sowas. Aber nicht Fernsehen. Fernsehen ist ja nochmal was ganz anderes. In der Werbung wirst du ja die ganze Zeit beträufelt, ne. Tierprodukte, Tierprodukte, alles konsumieren. Haus, Auto, kauft ihr dies, kauft ihr das, ne. Das ist, äh, Hirnwäsche vom Allerfeinsten. Ich gucke kein Fernsehen mehr seit, äh, über zehn Jahren wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was im Fernsehen läuft. Ich habe keine Ahnung, was für Programme da laufen. Das ist, äh, zu meiner Zeit, als ich Fernsehen geguckt habe, da, da gab es hier Alf und sowas. Kennt ihr Alf? Noch dieses komische Vieh da mit dieser Nase und so. Ja, auf jeden Fall, äh, ja. Ich habe keine Ahnung, was, äh, im Fernsehen läuft. Und der nächste Tipp, vierter Tipp, den Einkauf planen, damit man nicht irgend so ein Durcheinander kauft, vor allem nicht irgendwelche ungesunden Sachen kauft, finde ich auch einen guten Tipp. Anstatt in den Laden zu gehen und einfach einen auf den hier zu machen, finde ich auch eine gute Sache. Aber normalerweise, also wenn man schon in der Thematik drin ist und sich schon auskennt mit gesunder Ernährung, dann geht man eigentlich in den Laden und kauft da halt nur Gesundes ein, ja, damit du nicht aus Versehen, äh, okay, das ist der nächste Tipp. Das ist halt Punkt Nummer fünf, nur gesundes Einkaufen, ja, das ist ganz genau die, äh, Sache, ja, finde ich einen sehr guten Tipp. Tipp, weil wenn du dir irgendwas Schlechtes kaufst, irgendwas Ungesundes, dann hast du es zu Hause und dann wirst du es essen. Irgendwann wirst du es essen, weil du hast es gekauft und das hat ein Ablaufdatum, also wirst du es essen. Deswegen einfach gar nichts Ungesundes einkaufen, dann kann dir das auch nicht passieren, dass du irgendwie vorm Kühlschrank stehst, ah, und dann machst du den Kühlschrank auf und dann kaufst du irgendwas Ungesundes, äh, dann isst du irgendwas Ungesundes, ja, weil da ist nichts Ungesundes, okay, sehr guter Tipp. Nun natürlich, sie ist keine Veganerin, sie sagt dann nur gesund einkaufen und dann zeigt sie ihren Einkaufswagen, dann legt sie da Eier rein zum Beispiel, ne, dann denkst du dir so, äh, äh, ne, ergibt keinen Sinn. Was hast du da gerade reingelegt? Dann kann man hier so ein interessantes Video über Eier und Krebs, ne, äh, reintun, ne, Fleisch ist ungesund, weil es Krebs verursacht, ja, was verursacht denn Fleisch? Fleischkrebs, ja, das tierische Protein, das tierische Fatwell, das hast du auch in einem Ei, ne, Cholesterin ist sein, ja, Krebsauslöser Nummer 1 fast, ja, deswegen verursachen Tierprodukte Krebs, wegen dem Cholesterin, ja, zig Studien, ja, ich hab da ein großes Video drüber gemacht, auf jeden Fall, ne, Eier reintun und dann sagen gesunde Ernährung, alles klar, auf jeden Fall, aber ihr wisst, ne, was ich meine, ja, gesund einkaufen, kauft dann wirklich gesund ein. Dann der nächste Punkt, nicht aus Langeweile essen, ist auch so ein Punkt, weil, ja, kann auch vielleicht ein guter Tipp sein, das ist, äh, ja, also ich esse nie aus Langeweile, ich weiß nicht, ne, und, ähm, also ich kann dazu irgendwie nicht viel sagen. Du sollst eher so Wasser trinken und so, ja, auch so, ja, ein guter Tipp. Ihr, ihr merkt schon, diese ganzen Tipps, die sind so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ja, seltsam, so ein bisschen vage, ne, das hat irgendwie nicht wirklich auch viel mit Abnehmen zu tun oder so, das sind einfach so, ja, so, ein bisschen seltsame Tipps einfach, aber ich versuche, die zu kommentieren. Und der neunte Tipp ist Ruhe beim Essen, sich, äh, Ruhe nehmen und nicht irgendwie beim Tanzen mit dem, mit dem Teller in der Hand, versteht ihr? Ja, also jetzt übertrieben dargestellt, aber auf jeden Fall Ruhe essen, Ruhe beim Essen finde ich auch eine gute Sache, ja, äh, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich habe auch immer Ruhe beim Essen und, äh, weil dann nimmt man sich auch mehr Zeit und kaut dann noch besser und so, ist eine gute Sache. Und dann der zehnte und letzte Punkt ist, und das ist der Punkt, wo ich wirklich sagen kann, äh, ganz, äh, vorsichtig bei diesem, bei diesem Video, ne, also, wo ich, ähm, das Video wirklich, wo das Video ins Negative gekippt ist, wo ich wirklich sage, okay, ich kann dem Video keinen Daumen hoch geben, okay, hätte ich auch nicht, äh, hätte ich auch so nicht, weil sie, sie sagt, man soll gesund einkaufen, dann legst du Eier in den Wagen, aber, ähm, der zehnte Punkt ist wirklich, äh, ja, schädlich für den Menschen, die sagt dann, man soll Zähne putzen gegen Hunger, ja, weil man hat dann Mentholgeschmack im Mund und sowas, also nach dem Abendessen, du willst noch was Süßes essen, dann putze dir die Zähne, damit du nichts Süßes isst, ja, das ist, äh, ja, fatal falsch und das ist einfach völliger Nonsens, wenn du Hunger hast nach dem Essen, das ist, das ist so das Paradebeispiel, dass Menschen sich falsch ernähren, du isst, ne, du isst deine Tierprodukte, dein, dein Stück Fleisch und Eier und Speck oder, äh, was auch immer und dann auf einmal denkst du so danach, oh, ich hab aber jetzt Hunger auf was Süßes und, äh, warum hast du Hunger auf was Süßes, weil du hast gerade etwas gegessen, das keine Kohlenhydrate hatte und dein Körper braucht Kohlenhydrate, deswegen werden die Menschen so fett, weil die Fett und Protein essen und keine Kohlenhydrate und du kriegst, äh, keine richtige Sättigung davon und du isst und isst, auch noch ein bisschen, noch ein bisschen, aber ja, ich hab eigentlich immer noch Hunger, weil dein Körper signalisiert hier, der braucht ein, äh, Makronährstoff vor allem, das sind Kohlenhydrate und du isst keine Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate sind nur in Pflanzen und du isst und isst und isst und dein Körper sagt, ich brauch Kohlenhydrate, iss weiter, ich brauch Kohlenhydrate, ich werd dir so lange das Signal geben, bis du Kohlenhydrate in das System gibst, ne, und von daher dieser Tipp, äh, man soll Zähne putzen gegen Hunger nach dem Essen, äh, ist natürlich absolut fatal falsch, wenn du gegessen hast, auch als Nicht-Veganer, wenn du gegessen hast und du hast Hunger auf Süßes, dann solltest du auf jeden Fall etwas Süßes essen, du musst auf deinen Körper hören, dein Körper sagt dir, ich will Süßes, also iss Süßes, weil er Kohlenhydrate braucht, deswegen hast du ein Verlangen nach Süßem, da ist die berühmte Zuckersucht, alle erzählen irgendwas von der Zuckersucht, ja, jeder Mensch hat Zuckersucht, ne, weil der Körper auf Kohlenhydraten läuft und er sagt dir, du hast Hunger auf Kohlenhydrate, du hast Hunger auf Kohlenhydrate, ne, deswegen, also der zehnte Tipp, äh, find ich wirklich übel, einfach nur übel, äh, Zähneputzen gegen Hunger, ne, ne, was, äh, wie kommt man auf sowas, und, äh, ja, ich versuch nochmal das andere Video, äh, zu finden, wo sie über das Abnehmen spricht, da gab's so einen verheerenden Tipp von ihr, wirklich katastrophal, aber hier, der, äh, ja, der zehnte Tipp ist auch wirklich absolut für die Katzen, ne, und von daher, das war meine Reaktion zu ihrem Video, ich werd's ihr, ich werd das Video von ihr, hier unten verlinken, könnt ihr euch angucken, und, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, ich wollte noch etwas sagen, sorry, und zwar, falls jemand wirklich die richtigen guten Tipps, äh, haben möchte zum Abnehmen, der guckt meine Playlist, da findet ihr alle Tipps, wie man wirklich abnimmt, und zwar kann ich euch ganz kurz zeigen, ich muss mal gucken, welches Dokument war das, das war das hier, und zwar, ja, so nimmt man ab, das ist alles ganz einfach, ne, auch für ein Tierprodukte zu essen, auch für ein Öl zu essen, auch für ein Fett zu essen, und du kannst auch einfach direkt sagen, auch für ein Fett zu essen, also fliegt da Öl, Tierprodukte und High Fat Foods raus, und konzentrier dich auf Kohlenhydrate, ist immer unlimitiert, wenn du Hunger hast, dann sollst du essen, ne, und du musst dich bewegen, du musst, absolute Pflicht, das heißt nicht, dass du Sport machen musst, aber du musst dich bewegen, und du musst eine Ernährung finden, die du ein Leben lang durchführen kannst, das, äh, ja, das sind meine Tipps zum Abnehmen, und die Erfolge seht ihr unten in der Videobeschreibung, die Erfolge, äh, die Ergebnisse meiner Arbeit. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video, guckt ein weiteres Video von mir, Peace!